Hm, sieh an, du bist gar kein Turtle, du bist dir Erzfeinschredder oder auch Schröder oder Blechfresse genannt. Dabei laberst du den ganzen Tag Dinge wie Destroy them all! Ah, it feels so good to be so bad! Und hast das Ziel, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Positive Punkte sind, dass du groß und muskulös bist und jede Menge Angestellte hast. Negativ ist, das hilft dir leider auch nix, am Ende wirst du eh immer verlieren. Aber hey, wenigstens droppst du dabei immer wieder mal einen krassen Spruch. Oh, yeah, dual muscle and no brains. I won't say it, it's too easy. Gassige in Deutschland